Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sehen schon, der Bitcoin hat ziemlich bullisch reagiert, einfach mal wieder straight auf 42.000 hochgeschossen. Ich wäre trotzdem natürlich vorsichtig mit der Thematik jetzt, es kann auch genauso schnell wieder steil nach unten gehen. Um den Bitcoin soll es heute aber überhaupt gar nicht gehen, wir wollen noch einmal über XRP sprechen. Wir haben nämlich zwei interessante Artikel da am Start, die sich leider so ein bisschen mit den Aussagen widersprechen und dementsprechend, da wollen wir einmal drauf eingehen, das so ein bisschen aus dem Weg zu räumen und ich gebe natürlich auch wieder meine eigene Meinung dazu ab. Vorher aber nochmal ganz fix gesagt, wir sind ganz, ganz kurz davor, die 10.000 Abonnenten hier auf diesem Channel zu knacken. Das wäre auf jeden Fall der absolute Wahnsinn, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich weiß, ich sage es sonst immer am Ende des Videos, aber lasst gerne im Vorfall schon mal einen Daumen und ein Abo da für den Kanal. Das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Denn wir haben hier folgenden Artikel vom 7. März, also vor zwei Tagen. XRP-Klage, Anwalt Jeremy Hogan diskutiert seine Erwartungen nach der Entdeckung in Ripple-Litigation. Und gleichzeitig haben wir weiter unten noch einen aktuellen Artikel, der, wie gesagt, eben so ein bisschen widersprüchlich erscheint. Wir gehen jedenfalls mal die Aussagen durch. Dort sind eigentlich so die Tweets, die Aussagen des Anwalts ziemlich zusammengefasst worden. Anwalt Jeremy Hogan sprach in den letzten Tweets über seine Erwartungen nach der Entdeckung im Ripple-SEC-Fall. Und dort hat Hogan nämlich erklärt, dass er glaubt, dass der Fall irgendwann zwischen 26. August und 18. November bereinigt sein würde. Was sich erstmal so den vorherigen Aussagen widerspricht. Falls ihr meine letzten Videos auch gesehen habt, dort gab es ja ebenfalls auch einen Artikel von Aussagen von ihm, wo er gesagt hat, ja, es geht wahrscheinlich eher in Richtung April zu Ende. Und er denkt nicht, dass es sich noch über den Sommer hinüberziehen wird, hinaus zögern wird. Genauso eigentlich auch wie Brad Garlinghouse, also der CEO von Ripple. Da hatte ich ja schon zugesagt, dass ich das nicht so ganz glauben kann, sondern dass sich das eher noch Richtung drittes und viertes Quartal zieht. Und so scheint er jetzt auch zurückgerudert sein. Selbst zurückgerudert zu sein. Hier sagt er nämlich selber auch nochmal, der XRP-freundliche Anwalt hatte zuvor im September für ein summarisches Urteil und April, Mai für die nächsten Vergleichsgespräche vorhergesagt. Ja, also das, ich weiß nicht, ob ich das damals dann falsch verstanden habe. Ich war mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass er es auch so ausdrücklich gesagt hat, dass es dann vorbei sein könnte. Jedenfalls geht es jetzt darum, April, Mai Vergleichsgespräche. Und dass der gesamte Fall dann eigentlich eher Richtung, ja, tatsächlich drittes, viertes Quartal dann erst enden könnte. Denn laut von Hogan veröffentlichten Dokumente beantragte Ripple die Verschiebung der anhängigen Sammelklage vom zuvor vereinbarten Datum vom 26. August auf den 18. November 2022. Ja, also es ist von Ripple selbst verschoben worden in dem Fall. Hogan erklärte weiter, dass Ripple glaubt, dass es den SEC-Fall im September oder Oktober gewinnen könnte, wonach die Sammelklage aufgrund von Collateral Verschlüsselungen, heißt es in dem Fall, abgewiesen wird. Ein Rechtsbegriff, der eine Partei daran hindert, einen in einer früheren Klage angesprochenes Problem erneut zu verhandeln, ja, deswegen Verschlüsselung, selbst wenn das Problem mit einem bestimmten Anspruch zusammenhängt. Ich meine, dass Ripple zugestimmt hat, den kalifornischen Fall auf November zu verschieben, damit der SEC-Fall abgeschlossen werden kann. Das bedeutet, dass sie denken, dass der SEC-Fall vor November vorbei sein wird. Ja, hier steht dann, ich meinte, das ist dann immer so ein, ja, hier war, und das bestätigt immer wieder nicht so die ganzen Aussagen eigentlich, ob man da so wirklich so ganz, ganz viel Gift drauf nehmen kann. Wie ich ja selber auch schon gesagt habe, es wird sich einfach so oder so wieder einiges nach hinten verschieben, beidseitig höchstwahrscheinlich. Und von daher, was ich aber tatsächlich auch relativ gut finde, denn, ja, solange die Klage nicht vorbei ist, wird XRP weiter tief stehen. Das heißt, wir werden aller Voraussicht nach eine ganze Menge Zeit haben, falls wir oder ihr da draußen natürlich ebenfalls von XRP überzeugt seid, eine ganze Menge Zeit haben, noch günstig einzukaufen, günstig XRP zu sammeln. Und, ja, das ist in dem Fall eine gute Geschichte, denn ich gehe nach wie vor, egal wie weit sich das verschiebt, davon aus, dass es positiv ausgehen wird, und je länger Ripple XRP tief steht, desto länger kann ich günstig einkaufen. Also, für mich in dem Fall hat es nur Vorteile. Ja, hier geht es nochmal um die Expertenfindungsphase. Also, hier steht es, die Expertenfindungsphase des Rechtsstreits ging am 28. Februar zu Ende. Also, vor, ja, etwas mehr als einer Woche, nachdem sie mehrmals verschoben worden war, um weitere Aussagen zu machen. Ja, ich packe euch den Artikel natürlich auch wieder in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch hier nochmal ein bisschen weiterlesen. Das fand ich jetzt nicht ganz so relevant. Kommen wir aber nochmal zu dem vorhin angesprochenen Widerspruch. Denn hier haben wir nämlich noch einen weiteren Artikel. Gut, der ist jetzt nicht von dem Hogan, der ist von John Deaton. XRP-Klage, Ripples bevorstehende Gerichtsentscheidungen könnten bereits Ende März enthüllt werden, sagte John Deaton. Der Artikel ist von heute oder in dem Fall eben von gestern, je nachdem, wann ihr das Video zu sehen bekommt. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr widersprüchlich Ende, Mitte November oder Ende März, also quasi diesen Monat noch, spätestens drei Wochen. Hier hat er nämlich nochmal gesagt, laut Krypto-Law-Gründer John Deaton könnten die erwarteten Gerichtsurteile von Ripple bereits Ende März fallen. Der Grund erklärt, er ist zweimal im Jahr, legen Bundesrichter dem Kongress eine Liste von Anträgen vor, die für sechs Monate oder länger anhängig sind. Er fährt fort, die nächste Liste ist am 31. März fällig. Wenn Richterin Torres keine Entscheidung über die anhängigen Anträge fällt, muss sie diese Anträge auf Aufnahme in die sechs Monate Liste melden. Ja, klar, aber das bedeutet nicht, dass die ganze Klage, also der ganze Fall dann in dem Fall vorbei ist, einfach dann. Also, das ist da schon wieder definitiv mit dem Titel widersprüchlich gewählt. Hier geht es dann nochmal um Brad Garlinghouse, der ebenfalls gesagt hat, dass er einige Entscheidungen des Gerichts nun erwarte, wie es dann natürlich weitergeht. Da haben wir hier jetzt nochmal die Geschichte von Sarah Nedburn, das hatte ich in meinem letzten Video schon erzählt, also checkt das auf jeden Fall ab, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das erwartete Urteil von Richterin Sarah Nedburn über den Antrag der SEC auf erneute Prüfung, der von John Deaton als die größte Entscheidung in dem Fall bezeichnet wird. Ja, also, das wird ja in dem Fall die Mediatorin des Falls sein. Und dazu sagt dann auch nochmal der Anwalt der XRP-Inhaber, das wird Jeremy Hogan sein. Ich glaube auch, dass Richterin Nedburns Entscheidungen über die 63 E-Mails und die Estra Book-Notizen jeden Tag fallen könnten. Ripple und die XRP-Community drücken die Daumen, während sie auf die nächste Phase der Klage warten. Ja, also, wir sehen sicherlich eine neue Info dann Ende März, am 31. März in dem Fall, aber die Klage wird mit Sicherheit dann nicht enden. Also, ich finde, wie es hier am Anfang von Hogan auch nochmal gesagt wurde, dass er da ein bisschen zurückgerudert ist, Richtung 26. August, 18. November. Das klingt tatsächlich realistisch und das bestätigt auch nach wie vor meine Prognose. Ich habe von Anfang an ja gesagt, es geht eher Richtung drittes, viertes Quartal noch raus. Ich denke nicht, dass wir vorher eine Einigung oder ein Ergebnis in irgendeiner Art und Weise sehen werden. Von daher, Leute, ja, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ich werde euch natürlich weiter jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues habe, damit füttern mit den Infos. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Und lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.